San Francisco ist eine fantastische Stadt in Kalifornien, USA, in der es viel zu entdecken gibt. Von der Golden Gate Bridge bis zur berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz. In San Francisco gibt es jede Menge zu sehen und zu erleben. Bei so vielen Möglichkeiten ist es oft schwer zu wissen, wo man anfangen soll. Deshalb habe ich eine Liste mit den 10 besten Sehenswürdigkeiten in San Francisco zusammengestellt, die du auf keinen Fall verpassen darfst.